Alles klar, Jungs, wartet hier. Oh mein Gott. Habe ich mir doch gedacht, Jungs. Ist auch nur ein Freak. Dann mal los. Und so überschrieb ich alles auf Sebastian. Abgesehen von genug Geld, um mich über Wasser zu halten, falls irgendwas schief lief. Ich war entschlossen, mir ein neues Leben zu schaffen. Aber ich und Sebastian, wir hatten eine Abmachung. Wenn ich wieder zurücktauschen wollte, würde er mich lassen. Es war alles schriftlich in dem Vertrag festgehalten. Die Sache war nur die, dass ich mein Exemplar bei einem Grillunfall verloren habe. Aber das war auch nicht so übel. Ich fand neue Freunde und genoss das Leben. Mein Gott. Habt ihr das gesehen? Wie soll ich das machen? So ein Scheißdreck! Ich glaub's nicht. Ja. Ja.